In diesem Video zeige ich dir meine Top 3 Gründe, warum man den Ball toppt. Und wenn du zu den Golfern gehörst, die den Ball gerne köpfen, dann bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf Video. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das erste Mal dabei bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal eventuell abonnierst, damit du in Zukunft nichts mehr versäumst. Ja, du kennst vielleicht diesen Schlag, wo der Ball flach da hinrollt und sich wirklich nicht gut anfühlt. Wie entsteht dieser Top? Ich habe hier einen Golfball und man sieht hier anhand der schwarzen Schrift den vermeintlichen Äquator. Und immer dann, wenn bei dem Schlag die Führungskante, also die tiefere Kante hier oberhalb des Äquators aus dem Ball triffst, dann spricht man von einem getoppten Ball. Das kann dann natürlich mehrere Gründe haben, die werden wir uns dann gleich jetzt eben genau ansehen. So, und jetzt sprechen wir von den Gründen. Hier sind meine Top 3, warum es passiert, dass man den Ball nicht unterhalb des Äquators trifft, dass man den Ball eben gut trifft. Du siehst hier am Boden eine weiße Linie und diese weiße Linie entspricht der Position des Balles, wo der Ball liegen wird. Und es ist auch so, dass im Treffmoment das wahrscheinlich der Punkt sein wird, wo der Schlagkopf das erste Mal den Boden berührt. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt den Ball hier her lege, kannst du sehen, eine weiße Linie und den Ball drauf. Nur zur Erklärung, okay? So, Grund Nummer 1, warum ich den Ball toppe, ist ein zu flacher Eintreffwinkel bzw. der tiefste Punkt des Schwunges ist zu weit rechts. Was heißt das? Ich stelle mich hier zum Ball, mache einen Aufschwung und du siehst, der Schlagkopf kommt hinunter, hat hier bereits seine tiefste Stelle und geht jetzt schon wieder hinauf. Wenn das passiert, kann es passieren, dass der Ball getoppt wird und ich treffe den Ball eben überhalb des Äquators. Es gibt viele Gründe dafür, aber einer der Hauptgründe dafür ist, dass man einfach seinen Körper nicht früh genug nach links bekommt bzw. das Brustbein bei den Eisenschlägen nicht knapp links vom Ball ist. Das heißt, man hängt hier hinten, das Brustbein ist da hinten hier hinter dem Ball und hier hat man dann auch die tiefste Stelle und dann trifft man den Ball in der Aufwärtsbewegung. Ich habe übrigens ein ganzes Video gemacht über den fettgeschlagenen Ball, der sehr, sehr ein ähnliches Konzept hat wie das, was ich dir jetzt erzählt habe. Hier oben findest du eine Infokarte, da kannst du draufklicken und auch dieses Video ansehen. Das ist das selbe Prinzip, man bleibt meistens auf der rechten Seite hängen und wenn du einer bist, der abwechselnd den Ball fett schlägt und dann getoppt, dann ist das eben ein Zeichen, das zu dieser Kategorie von Topper du gehörst. Grund Nummer 2 von den Top 3 Gründen, warum man den Ball toppt ist, der Radius geht aus oder der Radius fehlt. Was heißt das? Ich habe hier am Start, wenn ich hier beginne, meine Arme hier relativ gestreckt, ich schwinge auf, dann ist auch mein linker Arm relativ gestreckt und wenn ich jetzt in die Treffungenzone reinkomme, befindet sich mein linker Arm in einem Streckprozess und eigentlich hier später, nach dem Kontakt, habe ich wirklich meine Arme am meisten gestreckt. Das heißt, von hier nach hier streckt sich alles und das ist die Phase, wo die meisten Amateurgolfer Probleme haben und zwar sie beginnen dann, wenn sie hier in die Treffungenzone reinkommen, die Ellbogen zu sich zu ziehen, den Schläger zu sich zu ziehen, über die Ellbogen und verlieren den Radius zum Ball und toppen ihn daher. Gründe dafür können viele sein. Ich sage einmal zwei oder drei. Der erste Grund kann sein, dass man einfach wirklich keine Idee hat von einem Ballkontakt, dass man nicht versteht, dass man zuerst den Ball trifft und den Boden mehr oder weniger gleichzeitig und dann entsteht ein Divot und erst nach dem Treffmoment ist der tiefste Punkt. Wenn man das nicht versteht und man glaubt, man muss den Ball nur so runterwischen, dann kann das ein Grund sein, warum man anfängt die Arme einzuziehen. Ein weiterer Grund, ähnlich wie beim Chicken Wing, wenn es nicht sogar der Chicken Wing ist, wäre, dass man beginnt, auf den Körper nicht mehr weiter zu drehen, sondern dass der Körper stoppt, die Arme übernehmen und dann bekommt man einfach solche Positionen, weil ich kann nur gestreckt hier sein, wenn mein Körper gedreht ist und wenn ich hier mit dem Körper immer noch in diese Richtung schaue, im Treffmoment, dann werde ich mehr oder weniger dann diese Flügel bekommen und das führt dann eben auch zu getoppten Bällen. Und der dritte Grund, warum Amateurgolfer häufig den Ball toppen, ist eine fehlende, flache Stelle unten im Treffmoment oder in anderen Worten der Weg des Schlierkopfes ist nicht optimal. Was meine ich damit? Wenn du jetzt beim Golfprofis zusiehst, dann siehst du, wenn du nur auf den Schlierkopf schaust, dass er zuerst steil hinunter geht und wenn er dann zum Ball hingeht, abflacht. Das heißt, er geht nicht direkt steil drauf, sondern er geht zuerst hier steil hinunter und flacht dann ab. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Kunstflugzeug, der versucht eine Show zu machen. Der Schläger will abstürzen und dann in letzter Sekunde versucht er sich noch zu retten und er kommt dann nur leicht am Boden auf, fliegt den Boden knapp entlang und hebt dann wieder ab. Ähnlich ist das beim Golf. Das heißt, der Schläger wird zuerst steil hinunter gehen wie unser Flugzeug, dann versuchen zu landen und jetzt siehst du hier die flache Stelle. Hier unten hast du hier eine lange, flache Stelle, auf die der Schlierkopf wandert. Und jetzt ist es nicht so wichtig dann, wo ist der Ball tatsächlich, sondern ich habe hier jetzt viele Punkte, auf die ich den Ball gut treffen kann. Und wenn man so eine flache Stelle hat, das hilft natürlich dem Treffer ungemein. Der Ausdruck kommt eigentlich von einem sehr anerkannten amerikanischen Golflehrer namens Chris Como, der unter dem Biomechaniker Dr. Quan stattiert hat. Der hat als erstes Mal den 3D-Flatspot erwähnt, zumindest ist mir das so bekannt. Und der hat eben beschrieben, dass das ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr, sehr essenzieller Teil eines guten Golfschwunges ist. Und die Elemente eines sogenannten 3D-Flatspots oder einer flachen Stelle unten ist eben, dass man genug Schaftneigung nach links hat. Das werde ich nicht schaffen, wenn der Schläger hierher kommt. Dann sieht man, da geht der Schlägerkopf sofort hinauf. Ich brauche eine Schaftneigung nach links. Ich brauche Arme, die sich in der Streckphase bewegen. Das heißt, ich bewege sich Richtung Streckung. Wenn ich hier anfange, die Ellbogen hochzuziehen, sehe ich, dass die Form des Schlägerkopfes wieder eine nach oben beschreibt. Ich brauche auch, jetzt drehe ich mich hier rüber, Hände, die nicht zu stark radial sind. Das heißt, nicht zu stark in diese Richtung gewinkelt sind, sondern mehr Richtung ulnar, also hinunter gewinkelt sind im Treffmoment. Das heißt, man ist hier, hat die Hände hier etwas mehr ulnar und nicht radial. Und ganz wichtig, durch die Körperrotation geht der Handpfad nach links und hinauf. Und wenn ich das kombiniere, bekomme ich hier eine wunderschöne flache Fläche hier unten, einen 3D-Flatspot. So, und jetzt zeige ich dir eine Übung, mit der wir die vorhin genannten Gründe alle sofort eliminieren können. Und zwar, ich möchte Folgendes machen. Bitte stell dich in eine Ansprechposition. Dann geh mit dem Gewicht nach links, bring deinen Brustkorb ein bisschen nach links. Das repräsentiert die Treffmomentposition. Jetzt versuch bitte, deinen Körper zu drehen, sodass der Brustkorb und die Hüfte nach links zeigt. Der Brustkorb zeigt sicher 30 Grad nach links und die Hüften können ruhig ein bisschen mehr sein. Dann siehst du, dass die Hände automatisch weiter links sind. Jetzt bewegst du die Hände auch noch ein kleines Stück höher, nur ein kleines Stück. Also, nochmal von vorne. Stellst dich hin, Brustkorb geht nach links. Drehst Oberkörper und Unterkörper Richtung links. Hebst die Hände ein bisschen. Und jetzt möchte ich, dass du nur kurz ausholst und mit der Körperdrehung den Handpfad nach links hinauf bewegst. Richtig hast du es gemacht, wenn hier am Schluss die Arme komplett gestreckt sind und du den Ball sauber getroffen hast. Der Ball wird natürlich nur ein paar Meter weit gehen, aber diese Übung hilft dir eben sehr stark dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ein 3D Flat Spot ist, was es heißt, die Arme durch den Treffmoment zu strecken und was es heißt, den Ball nicht fett zu treffen oder den tiefsten Punkt des Schwunges nicht rechts vom Ball zu haben, sondern längs vom Ball. Wenn dir dieses Video gefallen hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass auch diese beiden Videos hier unten dir sehr gut gefallen könnten. Und bitte vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf. Danke!